Die sieben großen westlichen Industriestaaten haben der Ukraine ihre zeitlich unbefristete Unterstützung im Krieg gegen Russland zugesagt. Bei ihrem Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern erklärten die G7-Länder, wir werden die Ukraine unterstützen, solange es nötig ist. Sie würden der Ukraine weiterhin finanzielle, humanitäre, militärische und diplomatische Unterstützung leisten. Zuvor hatten die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe ein Videogespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky geführt. Zelensky forderte dabei eine Kraftanstrengung, um den Krieg in seinem Land noch in diesem Jahr zu beenden. Dazu müssten die G7-Staaten die Sanktionen gegen Russland weiter verschärfen. Die G7-Chefs zeigten sich ernsthaft besorgt über die Absicht Russlands, atomwaffenfähige Raketen an seinen Verbündeten Belarus zu liefern. Sie riefen Russland in ihrer Erklärung zu verantwortungsvollem Handeln und zu Zurückhaltung in dieser Angelegenheit auf. Das ist meine Stelle! Vielen Dank.